Ich habe diesen Jahres den ersten Naubekov-Kurs absolviert. Er hat sich sehr positiv für mich ausgewirkt. Ich habe gelernt, mich selber zu behandeln, meinen Körper in Schwung zu bringen. Zum Beispiel durch die Behandlung der Akkompressurpunkte am frühen Morgen, wenn ich aufstehe. Dadurch bekomme ich größeren Schwung, ich bringe meinen Körper in Schwung. Die Übungen, die man lernt, führen dazu, dass man merkt, wo man nicht so beweglich ist. Dadurch, durch die Durchführung der Übungen, wird man beweglicher. Des Weiteren lernt man, wenn man irgendwo mal Schmerzen hat, dass man die selber behandeln kann. Man kann es ausprobieren und wenn man merkt, es wirkt, dann wendet man es natürlich auch an. Und es wirkt und man ist begeistert. Man kann sich also selber helfen. Was schon mal sehr beeindruckend ist und es ist ein tolles Gefühl. Und auch dieses Lächeln lernen, Neulernen, Kinder haben es ja meistens, ist etwas Beeindruckendes. Und manchmal hat man sehr positive Erlebnisse damit. Wenn Sie es möchten, probieren Sie es einfach aus. Ich kann nur sagen, es ist...